So, wollen wir hoffen, dass es nun besser ist. Ist es besser? Okay, ich hab ne Zeitverzögerung von knapp 4 Sekunden. Aber was soll's. Äh, hier müsst ihr jetzt... Nein, das war der falsche Raum. Aber stimmt eigentlich. Ne, stimmt eben nicht, das ist der Ausgang nachher. Okay. Oh nö, ich wollt's grad sagen. Ich hab da drin gesteckt. Wow, okay. So. Bleib stehen, danke. Danke für dein Stehenbleiben. Das war doch... Das wolltet ihr doch so, Core Design. Gebt es zu. Wie ich einfach von 19 Medipacks auf 11 runter bin. Egal. Ah, und dann auch noch den falschen Weg genommen hab. So. Toll ist ja auch, dass ich hier nirgends speichern kann. Hier hätten sie wirklich einen halben Speicherkristall wenigstens noch dazu machen sollen. Was auch immer das ist. Und ich bin genau im falschen Moment gesprungen. Super. Sorry, aber... Dieser Bereich nervt mich gerade. Okay. Nur die Ruhe bewahren. Nur die Ruhe bewahren. Rüber hier. Leicht versetzt. Warten bis das Teil rechts ist, ja. Warten bis es seine politische Gesinnung auf rechts verschiebt. Nur deshalb kommen wir hier durch. Und hier hin. Und hältst du... Ja, okay. Okay, sie hat sich festgehalten. Welch Wunder. Der Natur. Oder so. Hoch da. Wieder hoch. Jetzt müsste dort Wasser sein. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob dort wieder Wasser ist. Ich rate einfach mal. Okay. Gut. Jetzt kommen wir auf dieser anderen Tür hoch. Äh. Stacheltür nicht vergessen. Okay, Moment. So. Wartet. Es wird immer schlimmer. Irgendwo mussten wir jetzt hin. Na klar, mussten wir irgendwo hin. Das war jetzt so richtig geniale Aussage. So. Hierüber kommen wir jetzt auch sicher nach unten. Das weiß ich jetzt. Wie schön, dass ich was dazugelernt habe. Na, verdammt. Rein da. Wenn ich sage rein da, meine ich rein da. Das ist der Raum, in dem sich der Wasserstand verändert hat. Ist er das? Also, die Kiste da habe ich noch gezogen. Von daher. Klar. Ja. 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 Und dann hat sich... Ist wohl auch hier Wasser dazugekommen, oder? Oder war hier vorher schon Wasser? Hier war vorher eher kein Wasser, weil das einfach nur dieser Turbo-Gang hier ist. Ja toll, 1A, Spitze. Das heißt, egal was ich tue, ich komme wieder zurück in diesen Bereich hier. Warte, allerdings, wenn ich als dort drüben war... Klar, als ich dort drüben war, war das Wasser auf niedriger Stufe. Niedrigerer als jetzt. Da das ganze Level im Prinzip Wassergleichstand von der Höhe haben müsste. Nee, dann käme ich hier ja nicht hoch. Ich bin total verwirrt. Tomb Raider hat mein Leben zerstört. Das können Sie auch haben! Nichts. Einfach nirgendwo, wo es weitergeht. Nein. Okay, vielleicht... Lass ich wieder den Level anfangen. Ah ja, heißt also wieder durch dieses Scheiß-Level schwimmen bis zum Anfang, weil das so viel Spaß macht. Kordesign, ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse euch einfach. Kriegt ihr es nicht einmal hin, ein Level zu machen, das sich aus sich selbst erklärt? Warum will ich überhaupt hier rüber springen? Wo es war der Hebel... Das war Wasser absenken und Wasser steigen lassen. Bringt mir jetzt aber nichts. Weil das Wasser ja ohnehin... Gesenkt ist. Und hier lag ja nur das Medi-Pack, richtig. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sehen uns gleich wieder.